Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo Männer, ja viele haben sich ein kleines Update gewünscht vom Auto. Der Scheinwerfer ist kaputt. Ich habe gestern oder vorgestern den Hasen gefüttert und auf einmal macht es ein klirrendes Geräusch. Ich dachte erst hier was weiß ich, so ein Blumentopf hat weggeweht oder so wo der Windzug ging. Und ne, danach gucke ich, also gestern nicht heute, ja mein Scheinwerfer ist geplatzt und ich stand da drüben am Ding, hier war niemand, hier war keine Katze oder irgendwas, komisch. Ja, kleines Update, ja es war die ganze Zeit zu kalt, heute ist es mal ein bisschen wärmer, morgens soll es auch wieder kalt werden. Ja es geht natürlich weiter, ich habe den ganzen Müll erstmal hinten reingeschmissen, ihr seht es ist alles voll Müll, wegen Winterpause, weil es einfach zu kalt war, ich konnte auch die Akkus, das waren Minusgrade in der Werkstatt, das ist alles scheiße. Es geht jetzt quasi weiter die Akkus noch auszusortieren, ja Motorhaube geht auch nicht mehr auf, keine Ahnung was da passiert ist, weil wir wollten, wo der Falko da war, wollten wir mal reingucken, aber, ach jetzt geht sie wieder, na moin. Hä, an dem Tag, wo der Falko da war, ging die nicht auf, da wollten wir gucken, aber guck Falko, der Kühlerdeckel, das ist so blasse Ding hier drüben, hätte eine gepasst. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja noch die Akkus geholt, das habt ihr eventuell im letzten Video, kann ich nochmal verlinken, guckt da nochmal rein. Akkus geholt, die muss ich natürlich erstmal regenerieren, durchchecken, ein paar davon, das kann ich euch schon zeigen, guck mal, die stehen schon, der ist übrigens so abgemeldet, ich brauche immer einen Skoda, Octavia, äh Octavia, Fabia, ja, die sind noch Schrott, ne, und ich denke, vielleicht kommt da noch eh in zwei dazu, aber wie gesagt, ich habe ja Nachschub geholt, die werden jetzt nach und nach geladen, das hatte ich euch ja auch im letzten Video gesagt, das dauert jetzt mal einen Momentchen, ich denke mal so eh in zwei Wochen, ich habe so eine Garage aufgeräumt, will von Falko noch einen Akku machen, und ja, Johannes, dein Panel abholen, und wenn ihr wollt, müsst ihr halt mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich noch ein Video, ein bisschen, wie ich die regeneriere und lade und so, aber ich habe es ja im Grunde genommen schon gezeigt, ne, gut, mal ein kleines Update, wenn ihr sagt, ihr wollt es sehen, dann kriegt ihr halt noch, wie ich hier an den Batterien mache, ich halt immer mal ein Video, was ich da mache und so, tschüssi.